Moin, mein Name ist Paul Lüdersen. Ich bin Stand-Up-Comedian und selbsternachte Kiez-Elegane aus Hamburg. Und ich zeig euch jetzt mal meine Reberbahn. Ja, und hier haben wir uns damals für 20 Mal den Laden angemietet, haben wir Autopadeline gestellt als Bühne und haben vor drei Leuten irgendwie unsere Pümpel besetzelt. Und naja, nur nach acht Monaten haben wir uns schon irgendwie 60 Leute wieder geworfen und das war ja auch ne Herausforderung, ne? Hast du ein Problem? Geh weiter. Noch ein Problem. Besser ist es. Komm weiter, ich hab Bock mit du Arschlöchern zu unterhalten hier. So, ist auch mal eine Freund von mir. Hallo Werner. Ich gewinne in der Comedy-Contest wahrscheinlich nicht, aber ich hab mit dem Fernsehen Pümpel gesagt.